so geht sehr lang das ist ein See das ist ein oh man ich will doch nur nach Hause das ist mein Wunsch heute Nacht äh heute Tag Prozent ich bin grad irgendwie ich will nur nach Hause oder soll ich neu anfangen aber hier ist wieder dieser dichte Wald ich glaub das ist schon mal die richtige Richtung aber wo lang jetzt komm schon Minecraft zeigt mir den Weg ich hol gleich ein Feuerzeug raus ich glaub ich mach das jetzt ehrlich hab ich Eisen nein flint nein ich warst jetzt hier durch da kann ich dir mal nebenbei was erzählen also ich brauche mehr Abonnenten abonniert mich ähm na also mir ist eigentlich egal wie viele Abonnenten ich hab ich werde bald einen Livestream machen vielleicht wahrscheinlich aber wir wissen es noch nicht genau aber wir wissen es noch nicht genau ach komm scheiß Hund der hier wäre jetzt bestimmt meiner schon nach einem Knochen oder das freies Land das ist gut das ist gut das ist gut da flint habe ich so Schneebiom kommt er jetzt vielleicht habe ich glück und es ist das gleiche oder ich habe pech und bin auf der falschen seite und es wird eh das zweite sein aber das finde ich jetzt gar nicht so schlimm denn hier baue ich das haus ich fange einfach neu an jetzt wobei es auch doof ist es legt ok ich weiß was ich mache also ich werde jetzt hier mein bett aufstellen im kleinen zu ausbauen wirklich klein kontrast das haus brauche ich gar nicht weil ich jetzt das andere weitersuchen werde es geht nur darum eine kiste zu bauen und jetzt noch rein zu tun hin hihihi aber ich brauche einen Ofen Ofen, Ofen, Ofen Davor ich jetzt schnell Steine Steine, 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 Steine So 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 Gute Nacht Und als nächstes Ich weiß ich rede grad ziemlich wenig Ich bin grad irgendwie angepisst Weil ich dieses scheiß Haus wieder haben will Kann ich hier schon mal ein Waypoint Add Zwischen Lager Lager Haus Zwischen Haus Blau Exit Was kann ich denn noch mitnehmen Ich bin der Mann mit dem Lederhelm Das kann nicht jeder so So Ich will jetzt einfach in die Hier Ich Warte Das ist ein Dschungel Das ist nicht richtig Ich bin der Mann mit dem Lederhelm 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 Ja das ist das das ist das genau ich weiß es dass das muss das sein die ich auch zu drüber kann so der fluss wieder das wird es sein das soll links die wüste so nah waren wir die ganze zeit das hier ist das schneegebiet wo ich am anfang holz abgefahren ja leute wenn es das wirklich ist das das ist meist an ja dann war unser Haus haben noch nur ein Polen können die Sachen holen nein hins natürlich hier wird man für Schneegebiet es muss das sein wird das muss es einfach sein das wird es auch sein meine Stimme schief ich kann nicht mehr so hochsingen scheiß Stimmbruch Halleluja 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 Halleluja